In Duisburg stehen zwei Brüder vor Gericht, die beschuldigt werden, syrische Flüchtlinge in überfüllten Booten über das Mittelmeer geschleust zu haben. Zwei von vier Fahrten scheiterten, wobei 114 Menschen ums Leben kamen. Im Zusammenhang mit dem Verfahren durchsuchten 140 Beamte mehrere Objekte in Nordwalde, Wöllstein und Berlin. Es wird wegen Zeugenbeeinflussung und Falschaussage ermittelt, da Aussagen im Gericht stark abwichen. Der Prozess begann im Juli und ein Urteil wird für November erwartet. Viele gesetzlich Krankenversicherte müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Beiträge einstellen. Experten des sogenannten Schätzerkreises haben errechnet, dass der Zusatzbeitrag um 0,8 auf 2,5 Prozentpunkte erhöht werden muss. Bei dem Schätzwert handelt es sich allerdings nur um eine theoretische Größe. Jede Krankenkasse entscheidet individuell über die Tatsache. Es lassen sich jetzt noch keine genauen Angaben zur tatsächlichen Höhe der Kosten für den Einzelnen machen. Im Schätzerkreis sitzen Fachleute des Bundesgesundheitsministeriums, des BAS und des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen. Ein Antrag für mehr Sicherheit in Meiderich wird morgen auf einer Sondersitzung der Bezirksvertretung diskutiert. Im Bereich des Bahnhofs und der Einkaufsstraße sollen beispielsweise mehr Fußstreifen eingesetzt und mobile Polizeikameras aufgestellt werden. Meiderich kämpft mit Gewalt, Drogen und Prostitution, sagen Politiker und Geschäftsleute in der WAZ. Gewaltbereite Jugendbanden und Obdachlose sollen das Unsicherheitsgefühl weiter erhöhen. Die Sitzung morgen ist öffentlich und beginnt um 15 Uhr im Bürgerhaus Hagenshof an der Wiesbadener Straße. Der Kinderkarnevalszug kehrt im nächsten Jahr nach Marxloh zurück, trotz Berichten über sexuelle Übergriffe. Die Veranstaltung findet diesmal am Nelkensamstag statt, um die Geschäfte in Althamborn und Marxloh zu beleben. Ein neues Sicherheitskonzept wurde erarbeitet, um Bedenken gegen Marxloh auszuräumen. Die Stadt Duisburg und der Hauptausschuss Duisburger Karneval unterstützen die Rückkehr. Die erste große Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß-Hamborn-Marxloh betont die Bedeutung der Unterstützung und freut sich auf den bunten Kinderkarnevalszug. Die Bezirksregierung Düsseldorf bewilligt Duisburg über 20 Millionen Euro zur Sanierung des Sperrwerks Marientor. Die Plangenehmigung erfolgte bereits im Mai, sieben Monate früher als geplant. Das fast 100 Jahre alte Sperrwerk schützt die Duisburger Innenstadt effektiv vor Hochwasser. Wesentliche Bauteile des Sperrwerks sind veraltet und dringend erneuerungsbedürftig. Ein bestehender Notverschluss sichert Duisburg während der Sanierung weiterhin vor Hochwasser. Der Hochfelder City-Wohnpark an der Grenze zum Dellviertel wird nach dreieinhalb Jahren Sanierung bald fertiggestellt, berichtet die WAZ. Das letzte Gebäude der Gehberg erhält nun eine neue Fassade und die Arbeiten an den Außenanlagen laufen parallel. Ein Großteil der Fassaden trägt bereits die neuen Platten in verschiedenen Grünschattierungen. Eine neue Tiefgarage und sanierte Koncierge dienen als Treffpunkt und Anlaufstelle für Bewohner. Bei der Umgestaltung des City-Wohnparks soll die Bedeutung sozialer Nachhaltigkeit herausgestellt werden. Der Duisburger Weihnachtsmarkt startet in diesem Jahr am 14. November, zwei Tage früher als im Vorjahr. Der Markt dauert bis zum 30. Dezember und ist damit der längste in der Region. Besucher können sich auf etwa 100 Stände und Fahrgeschäfte freuen, Highlights bleiben das Riesenrad und die große Eislaufbahn. Neu ist ein rotes Weihnachtszelt mit familienfreundlichem Programm an den Wochenenden, verspricht Veranstalter Duisburg Kontor. Bereits vor der letzten Ausgabe haben die Macher eine halbe Million in eine komplett neue Beleuchtung investiert.